Someone asks, do you have two E36 projects? Das war ein Motorrad, ein Café Racer, den ich gebaut hatte. Und als ich den Spanngurt gelöst habe, ist das ganze Motorrad von der Werkbank gefallen. Well, it was already too late. It ended me being almost in the hospital. Und ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Und ich will irgendwann in der Zukunft Kurse anbieten. Ob das wirklich mein letztes Projekt war. Ob ich noch Aufträge annehme. Und ich war dann mit dem Auto in der Leitplanke. Hi! Welcome to a new video. Today we are going to answer all the questions you guys ask us on Instagram. We are here at Achim's place. My friend. The one who helps me always out of a troubled situation. Like I had recently on this car. So today's video will be mainly, I guess, in German. Because we will answer the questions in the language they are told. We will blend in subtitles for the non-German subscribers. And the Germans can enjoy the German language. So why are we here at Achim's place? The people on Instagram, or the people that follow me on Instagram, might recognize that I poisoned myself while doing the lead work. So because of the heat on the day I did the lead work in my shop, the air extraction didn't work the way it should. So because it was too hot, like one meter of air stuck in the room. But I was so concentrated on the lead work, that I didn't recognize me sitting in a almost blue cloud of poison lead air. I was wearing a mask and all the stuff that's necessary. But at one point I felt like I was a little drunk. And that was the point where it was already too late. It ended me being almost in the hospital while my body was fighting against the poisoning. While I was stuck in my bed to get back to health, I texted Achim and he said, no problem, I'm gonna catch the car from your place and continue doing the work. And that's why we landed here. So the thing is we had short deadlines or the car should get finished at one point. And that was another time Achim saved me. So he helped me a lot in the past and now once again. So let's get him to sit next to me. We're going to ask the questions, like I said, in the language they were asked. So I hope you enjoy our talking. So, we've already said something, right? Yes, let me tell you. Hi, I'm Achim. You know me from one or the other Instagram story. We've already known them for 10 years. We've already known them for 10 years. We've already known them for 10 years. And you can maybe tell us, we have the same Dachshade. And Achim is the person, who always helps me out of the patch. If I have a real carousel building, I need a real carousel building, also in my projects, that everything has everything in hand and foot. So Achim is always the responsible person. Okay. 50, where we can, right? Yes. So, let's start with the first question. There was actually a question about how we met. I mean, that's we've just finished now. And what's our first project, more or less, Yeah, that's probably my E36. Also, people who already know me, who know me, who know me, maybe even before I had my house, I had many cars. And there was a E36. The one I built completely from zero, also, was actually, to the time, a pretty bad thing, because there was still a 3,28, for a cost. I was very, One day, I was a little wild I was on the one day and the tire stretch was maybe the eventuell der Reifen von der Fähre gekutscht und ich war dann mit dem Auto in der Leitplanke. Das sind aber nur Vermutungen. Ja. Auf jeden Fall war ich an dem Tag dann so unter Adrenalin, dass ich am gleichen Tag noch den Motor ausgebaut habe, obwohl ich jetzt im Nachhinein denke, es wäre besser gewesen, das Auto zu verschrotten. Gut, du musst dir zusagen, der war ja vorne der Längsträger komplett drin. Wir haben den ganzen Längsträger getauscht, deswegen der Motor ausgebaut. Und die Seinwand hinten ums Rücklichtrum, da war ja nichts mehr da. Genau. Das war ja so 10 cm auf das komplette Eck einfach nur reingestaubt. Einen Tag nach dem Unfall war ich schon hier beim Achim auf der Richtbank und wir haben den kompletten Vorderbau hier abgetrennt. Und das war so unser erstes großes Projekt, wo wir zusammen Gasgeber haben mit Original-BMW-Teilen auf der Richtbank, eben das Auto wieder in Stand gesetzt auf Originallabel. Und da habe ich auch sehr viel dabei gelernt. Sachen, die halt eben der Achim von seiner beruflichen Erfahrung hat und ich mir so als Autodidakt dann schon auch noch einiges dazu aneignen konnte. Gut, was damals aber auch noch nicht so viel war, das ist jetzt 10 Jahre her. Man munkelt und ich bin über 30. Ich bin 25. Für die, die es mir nicht glauben, das ist tatsächlich so. Ja, du warst 15, meint man das. Richtig. Ich war 15. Ich bin ja damit aufgewachsen. Ich komme ja aus dem Familienbetrieb. Da war ja damals schon Ferien, mitarbeiten, das war ja alles. Da gab es keine andere Option. Gut, und dann haben wir dann Dinger da rein gebaut. Da habe ich auch mal einen Richtsatz gekauft von E36, weil ich damals selber E36 gefahren bin. Und da fällt mir ein, das war doch ganz gut, dass wir die Karosse gerettet haben. Weil das war der erste, wo noch nicht die Träger unten hatte. Wo du noch tief fahren konntest, ohne damit du die ganze Zeit aufgesetzt bist. Ja, ja. Was uns auch zugute kam beim Längsträger, also es war ein kompletter Längsträger von BMW. Von vorne, ja. Beim Reinschmeißen, weil es dann doch ein bisschen einfacher war. So, und ich suche jetzt auch immer eine Frage. Ja, dann kann ich da zwischendrin mal erzählen. Wir haben dann auch von, ja, was war das in der Honda? Ja, Motorradprojekte. Da ist ein Missgeschick passiert. Aufgrund der technischen Versorgung, würde ich sagen, vom Wagenheber. War auch wieder so ein, war eigentlich Fertigprojekt. Und dann ist sie umgefallen auf dem Tank und das Auto musste ich glaube drei Tage später, vier Tage später. Oder Motorrad. Das war ein Motorrad, ein Cafe Racer, den ich gebaut hatte. Für Marius von Kemba, könnte man vielleicht auch mal einblenden. Der war fertig auf der Werkbank. Und als ich den Spanngurt gelöst habe, ist das ganze Motorrad von der Werkbank gefallen. Dann haben wir dann auch noch über Nacht mehr oder weniger den Tank repariert. Das Moped ging ohne Tank hoch. Genau, weil das musste ich auf das Essen Motor schauen. Das war kurz davor. Ja, das war dann wieder so eine Situation, wo der Achim mir den Arsch geredet hat. Das war auch tatsächlich mein erster Einstieg damals in YouTube. Ja, stimmt. Ich bin ja da absolut nicht aktiv. Das kann man ja nicht behaupten. Ja, den Tank ausgebaut, markiert und er ging dann, ich glaube am Abend vorher. Per Express-Kollege ging das Ding noch hoch nach Essen auf Motor Show. Dann hat's auch wieder funktioniert. Ich beginne mit einer englischen Frage. Ich werde einfach nicht in Deutschland sein. Jemand fragt, wann wird es beendet? Also, wie Sie sehen, es ist beendet jetzt. Und da war eine englische Frage, wie viele Stunden ich in das Projekt ging. Und ich sage, dass ich mich in 300 Stunden beendet habe. Also, es war viel viel Arbeit und Zeit, das in 4-Wheel-Arches ging. Someone asks, do you have two E36 projects? One from JP Performance and one from Colorblind Visuals? Yes, that's something some people get confused about because they are like similar but the one from Nobby is more like a GT Air version and this one now is more like a what could a stock OEM BMW E36 M3 could look like. Because the stock M3 wasn't a wider version so it looked exactly the same like a 316. So, there are two, one from Nobby, the GTR style is still to finish. We now have almost fitting 3D printed parts to get the transition between the bumper and the main body. And these parts will basically be needed to start on the second side because they will be mirrored on the computer. And when I start the other side, I will take the mirrored 3D printed piece and put it on the car and that's basically my start point for the other side to get it symmetrical as possible. If you are sad that this project is over, there will be another BMW E36 built with videos we will upload. So, we have another question in English. Someone asked, is this legal in Germany? I guess he means the white body thing and widening the main structure of the car. And this question will let Achim answer. And he can decide in which language he wants to answer. So, I decide to answer the question in German because my English is not so good in the technical side. The first thing comes to mind, what you have for a good idea. When we have the car in the car in the car. And then it makes sense with your Priefer, where the car is later on, the car is not a problem. Basically, that's not a problem. That's all in the car. So, we have our plans with Lauffläche, where it needs to be fixed. And if we can do that, I don't know what the problem is. I mean, my father had the car in the car in the car. There was already so many times in the car. That car was also broken. So, that could not be a problem. So, I would answer that with a clear answer. Because when I see something, we have also some analog pictures from the 80's, the 70's. There was something already in Blech. And that was also done. Now, we can say, hey Leute, it's already 40 years ago. But, grundsätzlich, there should be nothing in the way. There are no loose parts. And I have quite a lot of questions, on which I didn't want to answer. Where people ask, how it looks like with the TÜV. Because, you know, you have to understand that. But, what my answers are, which I always say to the TÜV. So long the whole thing is not wider than the Spiegel. Also, the eingetragene Fahrzeugbreite is not changing. It's always easy to make. I mean, it's also possible to change the Fahrzeugbreite. But, that's then, a bigger... That's then, a bigger... That's then, a bigger... ... or TÜV-Abnahme with it. And... ... 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